Hallihallo, ich grüße euch, ich bin's, eure Frau Trollinger und ja, es gibt mal wieder Neuheiten von Twitch. Wie einige von euch natürlich mitbekommen haben, habe ich eine längere Zeit einen defekten Rechner gehabt. Also hier ging gar nichts mehr, das Mainboard wollte nicht und ich stand da und habe echt geweint, weil ich gesagt habe, boah, das kann nicht sein, ey, ich wollte streamen, ich wollte alles mit euch machen, von Gimp bis Spiele und allem drum und dran und es klappte einfach definitiv nicht. Es klappte einfach nicht. Ich habe dann per Handy gestreamt ein bisschen bei Twitch, ging auch eine Weile ganz gut. Ich bin übrigens am Haare färben, nicht wundert. Nein, es sind keine fettigen Haare. Ich habe dann eine Weile per Handy gestreamt und ja, es war einfach echt eine üble Geschichte. Ihr kennt das selbst, wenn man irgendwas macht oder so und man macht es mit Liebe und man tut es unwahrscheinlich gern und dann ist es einfach weg, ist scheiße. Dann kamen aber zwei wunderbare Helden, muss ich ehrlich mal gestehen. Also zwei wirklich wunderbare Menschen, die ich auch mittlerweile so ein bisschen besser kennenlernen durfte, namens Lord Varus und Boxer und haben sich in meinen Stream verirrt und haben es wirklich ermöglicht, dass ich mir einen anderen Rechner holen konnte. Also diese beiden Menschen sind wirklich wunderbar. Lord Varus streamt übrigens hier auch auf YouTube. Er ist Minecraft-Admin und macht die geilsten Admin-Ränder, die es überhaupt gibt, muss ich mal sagen. Wer einen Admin-Rand braucht, fragt Lord Varus. Aber der hat so viel zu tun, da muss man einfach wirklich lange und ausdauernd warten. Aber er macht wirklich die geilsten Admin-Ränder. Ich gucke das unheimlich gern mit ihm, weil man lernt. Man lernt unheimlich dazu, was man machen kann, was cool ist und was vielleicht noch Spaß macht und so. Einfach mal auszuprobieren, zu bauen und so. Minecraft hat schon was. Bin ich richtig begeistert mittlerweile. Ja, ansonsten spiele ich noch auf Twitch mittlerweile. Life is Strange mache ich jetzt auch und Planet Zoo habe ich angefangen. Finde ich, sind eigentlich drei schöne Spiele, die ich jetzt unheimlich gern mache zurzeit. Hin und wieder noch Marbles und Stream. Was hatten wir denn noch? Ich weiß gar nicht. Golf is Friends habe ich noch und was weiß ich. Also wer Bock hat, mit mir zu spielen, wir finden bestimmt ein Spiel, was wir zusammen machen können. Ich bin da nicht so... Ich habe so wenig feste Spiele, mit denen man agieren kann. Ansonsten, ja, quatschen mit mir, mit Trolli, natürlich, klar. Und ja, ich freue mich über deinen Besuch. Ich überlege im Moment übrigens auch eventuell noch anzufangen, mit YouTube zu streamen. Vielleicht so ein, zweimal irgendwie die Woche oder so, wie gerade mal Zeit ist. Vielleicht komme ich da auch noch zu. Mal schauen. Aber ich habe noch nicht das richtige Spiel gefunden, was ich hier bei YouTube streamen könnte. Wer also Interesse hat, wer vielleicht auch Lust hat, mit mir was zusammen zu machen oder sowas, schreibt mich doch einfach an. Auf Twitch, kein Problem. Auf YouTube, weiß ich nicht, geht das noch, Leute anzuschreiben? Ich weiß es gar nicht. War, glaube ich, noch neulich möglich oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber man findet garantiert eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Von daher melde ich einfach. Und ja, wer Bock hat, ihr könnt mir auch gerne Spielevorschläge hier unten unter dem Stream schreiben. Ist auch kein Problem. Ich freue mich immer drüber, wenn Leute ein bisschen was drunter kritzeln. Freudige Nachrichten auch. Und Lob hätte ich auch gern. Hallo, habe ich nicht schöne Haare heute? Ich habe die Haare schön. Nein, heute Abend bin ich wieder übrigens im Livestream auf Twitch. Und wenn du Bock hast, komm da einfach mal rum. Genau, und lass uns ein bisschen quatschen. In dem Sinne, be crazy, meine lieben Leute. Be crazy und have fun. Let's get ready to rumble. Tschö, ich muss meine Sachen aus den Haaren waschen. Ich glaube, langsam, langsam wird die Farbe schön. Bis dann. Tschö. Tschö.